Meine Mannschaft nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Wenn meine Mannschaft das nicht spielt, was wir im Training trainieren, nicht umsetzen und wenn sie nicht das abrufen, zu dem sie in der Lage sind. Fußball war schon immer meine Leidenschaft. Als kleiner Junge habe ich schon gegen den Ball getreten und bin über Jahre hinweg im Fußball mitgewachsen, deshalb bin ich jetzt auch immer noch im Fußball. Meine Familie. Ich würde mich gerne mal mit Jupp Heynckes zusammensetzen. Warum gerade Jupp Heynckes? Guter Fußballtrainer, Lehrer, erfolgreich und ich denke mal mit sehr viel Erfahrung kann man viel lernen. Die Abschlussfahrten von den Fußballvereinen, wo wir immer als Mannschaften groß zusammengewachsen sind und wo wir viel Spaß hatten.